Der diesjährige Bezirksnass-Leistungsbewerb wurde vor kurzem von der Freiwilligen Feuerwehr Fräsnitz veranstaltet. Durch immer größer werdende Beliebtheit dieses Bewerbes ist auch eine steigende Teilnehmerzahl zu verzeichnen. Die bei diesem Bewerb geforderten Leistungen sind ein wesentlicher Teil der Grundausbildung der Feuerwehrmitglieder. Und nach getaner Arbeit wurde auch zünftig gefeiert. Neben Musik vom Feinsten gab's richtige steirische Schmankerl. Und für Unterhaltung der besonderen Art sorgte Johnny Klein, ein Tausendfüßler in Sachen Komik. Starkes Fest, das Strohsitzerfest in Fräsnitz im Mürztal. Bist du so klug bist, wie ich komme, es für dich gibt keinen Besser als mich.